Musik Es ist für mich keine Schwierigkeit, also 70 Jahre zurückzuschalten und zu denken, hier in der Todeszelle haben sie gewartet auf das Fallbeil, auf den Tod und wir wissen ja ein wenig, was ihnen dabei durch den Kopf ging und durchs Herz ging, durch die Abschiedsbriefe, die sind ja an diesem Tag der Hinrichtung geschrieben worden. Und wenn da einer schreibt, ich glaube an Gott, ich bin gespannt, wie das jetzt ist mit dem ewigen Leben, das, was ich bisher gepredigt habe, das darf ich jetzt schauen, das wird jetzt Wirklichkeit. Ja, das ist schon sehr bewegend. Musik Musik